wird zurück hier bin ich wieder zu Prozent Prozent zurück bei Koffer Kini auf 4 nächster Port der letzte Pflege etwas zu seltsam aufgehört aber ich hier mache ich immer eine Abschiedsansage so zu Abschiedsschluss Ansage das jetzt vorbei ist ich mache dann so wenig mehrere gleichzeitig aufnehmen und so weil ich dann noch nicht weiß genau wie lang die sind ich sitze mir hier nicht mit Stoppuhr hin und dann schneide ich das ein oder andere zusammen wenn ich mal weniger Zeit hat sich dann da ein ganz kurzes draus macht so zehn Minuten was weiß ich äh ja und deswegen werde ich selten sagen welcher Part wir den hätten wir noch ausplündern können alles nehmen so zack von da sind wir gekommen auf jeden Fall hier lang und da ist schon gleich der nächste Punkt der was mit unserer einem unserer Quests zu tun hat wir haben ja stimmt wir haben jetzt alle Quests erledigt wenn die Mollerats gekillt und wir haben den Deutsch das ist mit der Typie mit dem wir die Mollerats oder das Fleisch geben müssen oder bei dem wir uns bedanken lassen du bist wieder da hast du die Mollerats erschlagen mh die Mollerats sind tot deine Felder wieder sicher äh gut ein wenig Dank hätte ich schon erwartet ja ja danke kann es sein dass Groma dich auch zu Melgans Grab geschickt hat wie kommst du darauf jemand hat einen Kug mit Galwachöl in der Gruft angezündet um die Mollerats nach draußen zu treiben verwendest du das Öl nicht um Wildtiere von deinen Feldern zu verjagen und wenn es so wäre halt dich von Ivy Fernknut sonst bekommst du Ärger sonst gibt's Puff die Fresse Spielstand erfolgreich erstellt ah Spielstand speichern neuer Spielstand ja tippen fisch hier ok also speichern wir also ok wir sind Level 1 haben 28 Minuten gespielt Spiel fortsetzen so jetzt müssen wir ach macht er jetzt auf den Weg zum Grab gut dass wir die Mini Cutter haben denn jetzt schaue ich immer da ist das nächste Ausrufezeichen wir müssen genau in die andere Richtung in der wir jetzt gehen also hier lang weiter so ach so praktisch gesehen in die Richtung in die der Typ jetzt geht Knut oder wieder heißt was hat er gesagt ach scheiße so weiter so weiter geht's um ich bin Gott sei Dank ist die Gold Edition kann sie auch noch 10 Euro genau wie Kenia wo es viel neuer ist ja kleine Anmerkung Kommentar dazu jetzt nicht mal beinahe hätte ich den angegriffen hast du Melgans Dolch ja Frechdachs da mockt voll auf hier ist Melgans Dolch hm nun gut die erste Prüfung war auch die leichteste was ist die zweite Prüfung du musst zeigen dass du Ivy beschützen kannst willst du gegen mich kämpfen nein am Bergweiher hat sich ein Schmuggler bereit gemacht vertreib ihn von unserer Insel und bring mir seine Waffe als Beweis das Tor zum Bergweiher ist verschlossen wenn ich den Schmuggler vertreiben soll brauche ich den Schlüssel ja das stimmt hier hast du ihn und jetzt geh ok ok dann mal los die Spannung steigt da hier ist das Tor Ivy ich wollte euch belauschen hab aber nicht alles gehört was will mein Vater jetzt er hat mir den Schlüssel gegeben den du mir sonst immer aus seinem Nachttisch klaust warum ich soll Diego von der Insel vertreiben das wird aber schwierig ich red mal mit Diego vielleicht fällt ihm was ein Assoziere auf Tor Schlüssel entfernt folgt Jens ne gut dann müssen wir ihn wohl alleine vertreiben so ich zeig schon mal meine Waffe weil es der ZB vor oder später auftaucht damit wegen gleich angreifen können sollen wir ihn töten oder nur verscheuchen ja auch wir lassen uns überraschen ach wir müssen auch mit dem Sprechen wahrscheinlich wieder lange Dialoge finde ich nicht so gut aber kurz Dialoge sind spannend Diego ich speichern wir eben kurz weil es hier gleich heftig zur Sache geht er darauf speichern hier überschreiben überschreiten überschreiten keine Ahnung ist mir doch egal so da bist du ja wieder mein Freund was machen die blauen Flecken sind halb so wild na dann willst du wieder trainieren würde ich gern aber was aber groma groma hat mir befohlen dich von der Insel zu vertreiben und ihm als Beweis deinen Säbel zu bringen tatsächlich wie kommt er dazu es ist eine Prüfung weil ich Ivy heiraten will dann hast du ein Problem scheint so und was machen wir jetzt ich muss sowieso bald zurück nach Argan zeig mir dass du was gelernt hast dann gebe ich dir meine alte schartige Machete für groma das interessiert mich jetzt alles nicht jetzt lass uns kämpfen ach jetzt können wir nicht speichern okay dass die Kämpfe finde ich durch das Kampfsystem echt geil gelungen okay ah okay boah nicht schlecht ich geb auf du wirst langsam alt gibst du mir jetzt die Machete sachte sachte mein Freund erst zeigst du mir noch dass du auch gegen jemanden bestehst der es nicht gut mit dir meint gegen wen soll ich kämpfen wenn du dem Weg hier in Richtung Meer folgst kommst du zu meinem Boot dort treiben sich ein paar Goblins rum die hauen immer ab wenn ich komme und ich bin zu faul ihnen nachzulaufen erledige sie für mich dann bekommst du die Machete okay ein Quest nach dem anderen mit K können wir unsere Punkte verteilen äh plus Disziplin, Kampfgeist, Präzision Dominanz äh wir haben drei Fähigkeitspunkte die wir weiter erweitern können Feuerpfeil diese Zauber äh was soll ich sagen ähm kunstvolle Kombination sollen wir hier auf das gehen klicke um Skillpunkte zu investieren da ich hier darauf genau äh Schlagregen ähm ähm ich bin gerade etwas überfordert weil ich nicht genau weiß aber alle Quelle Kampfgeist, Disziplin Inbrust, Gleichmut, Dominanz ach machen wir mal Präzisionen ach so die Verschlüsselten sind verschlüsselt daran können wir nichts ändern ach so das können wir nicht ach so jetzt verstehe ich und speichern änderung und gespeicherte die sind schon gespeichert ne ja dann können wir es wieder schließen also spiel speichern wir gleich nochmal so zack ja überschreiben und weiter geht's sind hier wird es den richtigen Weg wo ist Tego ach wir finden mal die Karte den Weg einfach weiter geradeaus wo sind denn hier die goblins auch in die richtung glaube ich wenn wir durch das wasser gehen sieht ja nicht so aus schade aber es wäre ich zu tief so auch so natürlich hier hoch Apfel Apfel stimmt alles einsammelt haben ähm hätten wir vielleicht konsequenter machen müssen es war es Ausrüstung sonstiges okay naja okay ab und zu werden hier schon noch so Sachen kommen die wir nicht übersehen dann ab geht's oh 55 50 50 hallo mein freund 3 hier 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 sind wahrscheinlich die goblins ich weiß nicht wie viel von ihnen hier töten soll das buch können wir wohl nicht nehmen Apfel Beutel Nein alles 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 das jetzt nicht na ja vielleicht sollen wir auch gar nicht hin so sind dann hier die goblins wir sind schon wieder mal die quest an es ist schon wieder mal die quest an war ist es ist Ich glaube, wir sind auf dem völlig falschen Weg, Leute. Ähm, ja. Scheiß drauf. Einfach zurückgehen, ganz ruhig, Leute. Welche Richtung sollen wir jetzt gehen? Den Opfel haben wir aufgehoben. Ich glaube, den können wir nochmal ansprechen. Was kann ich für dich tun? Los, los! Kümmere dich um die Goblins. Okay. Hm. Ich hier den Weg. Ah, den Weg und da. Okay, wir haben es, ich sehe schon. Okay, da sind wohl nicht die Goblins. Da unten sind sie. Ich wette die auch gleich ab. Da müssen wir den Folgen, dass sie nicht mehr abhauen. Oder schneller sein als die. Ich speichere mir eben, ich habe noch nie gegen solche Viecher gekämpft. Ich hoffe, dass das kein Problem wird. Gut, das Ausweichen ist ganz gut. Gut, sie hat uns schon oft Hilfe gebracht und ich habe es schon oft benutzt. Äh, ich finde das Spiel ist bis jetzt halt nicht so spannend, aber es ist so, dass es, ähm, eine angenehme, ein angenehmes Spielerlebnis, wie soll ich sagen? Es ist spannend, so, ein Gold, okay. Zwölf Gold und zurück zu Diego. Also durch die Grafik, die schönen Geräusche und so, es wirkt angenehm und macht davon her Spaß, aber es ist nicht so fesselt. So. Diego ist auch gleich hier. Ich habe die Goblins erwischt. Sie sind tot. Jetzt, mein Freund, hast du bewiesen, dass du was gelernt hast. Okay. Dann gibst du mir die Machete. Ja, hier ist sie. Grüß Groma von mir. Ach nein, du hast mich ja von der Insel vertrieben. Frag mich mal, warum der hier. Weißt du, warum Groma dich loswerden will? Nun, mein Freund, er hat Schulden bei mir. Wahrscheinlich deshalb. Oder er wollte, dass du die Prüfung auf keinen Fall bestehst. Wird Groma den Trick mit der Machete nicht durchschauen? Ach was. Der war noch nie selbst hier. Schickt immer nur Orux seinen Diener, um Sachen von mir zu kaufen. Ende. Dann speichern wir gleich nochmal. Ja, überschreiten. Ähm. Gut. Quatsch, wo lang gehen wir denn hier? Hier lang zurück, oder? Oder? Ich frage mich, wo lang der geht. Ich glaube, ich folge dem mal vorsichtig. Vielleicht will ich es nicht. Machen wir es uns mal ein bisschen spannend. So. Na, wo geht der jetzt hin? Hallo, mein Freund. Hi. Ich mach's da. Ich weiß nicht, ob sie sie dürfen, aber ich hab's einfach mal gemacht. Was gibt's? Okay, einfach. Einfach weitergehen. Schon sind wir draußen. Dann müssen wir wieder zu Gromas. Ah, wir können mal unsere neue Waffe anlegen. Was halten wir davon? Inventor. What the fuck haben wir viele Waffen? Neun Nahkampfkraft, fünf Nahkampfkraft, fünf Nahkampfkraft, fünf Nahkampfkraft, sagt Fernkampfwaffen, haben wir nur Pfeile, aber keine Bogen. Aber früher oder später, wenn wir Ende kommen, von da ist es gar nicht so schlecht, dass wir es haben. So, jetzt haben wir schon neun Nahkampfkraft und Inventor wieder schließen. So, was wir schütteln. Let's go. Dann werden wir Gromas gleich erreichen. Zack. Oh, mein Gott. Scheiße, ich bin schon wieder falsch herum. Falscher Weg. Gut, dass wir ihm gefolgt sind, werden zwar die Kiste auch alleine vorhin nehmen können, aber wir haben sie noch gefunden. Und sie hat uns Gold gebracht. Oh. Die töten wir. Oh. Okay. Noch eine Goblin-Keule. Ah, die bringen uns alle ein Gold. Besser als gar nichts. So, zurück ins Dorf. Und. Ja. Was ist mit dem Schmuggler? Hast du ihn vertrieben? Ich hab den Schmuggler vertrieben. Hier. Der Beweis. Hm. Nicht schlecht. Freu dich aber nicht zu früh. Eine Prüfung steht noch aus. Welche? Du musst mir beweisen, dass du Ivy ernähren kannst. Also. Jage drei große, kräftige Hirsche und bring mir ihre Geweiher als Beweis. Ich hab keinen Bogen. Kannst du mir einen leihen? Nein. Du hast doch Beine und eine Machete. Zu meiner Zeit mussten wir Wildschweine mit den bloßen Fäusten erliegen. Hm. Ich schaff das schon. Wir werden sehen. Ich hab Ivy gesagt, dass sie dir das Tor zum Hirschhag aufsperren soll, wenn du den Schmuggler erledigt hast. Geh einfach zu ihr. Okay. Wir speichern gleich nochmal. Spielstand speichern. Spielstand speichern. Extra noch einen zweiten Spielstand. Spielstand speichern. 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 gut dann habe ich euch gefallen bis zum nächsten Part wir sehen uns tschau